Hallo und willkommen zu Explosions 4, 2, äh 3, 4. Feuer 1, Feuer 1, bitte messen, ruhig, achten, jetzt nur die Tumstau. Er stirbt nicht. Übers Auto. Naja, so halb. Naja, so halb. Naja, dann wieder fehlen. Naja, so halb. Naja, so halb. So halb. bestimmt hinten sind sie ja am verwundbarsten ich habe keine ahnung wo wir gelangen müssen hinten durch das parkhaus jetzt nicht mehr ich fahre dich einfach um ich fahre dich einfach um doch doch links schön dass die mini mit da können definitiv doch nicht so diesen fern gesteuert dann gehen wir zu fuß weiter alter au äh was nein schlecht richtig schlecht mh 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 So, Gadget, oh. Da haben wir ganz schön viel mittlerweile. Panzer, nehmen wir den hier. Und wen hatten wir noch? Gadget 2. Was ist das? Verschießt. Ah, Granatwerfer. Finde ich gut. So, den haben wir da. Dann nehmen wir hier einen, im 4. Und die Acker. Und die hier. Das dürfte passen. So, weiter geht's. So, der mit der Panzerfaust ist jetzt auch erledigt. Parkhaus, ins Parkhaus, ins Parkhaus. Komm, komm, komm. Nein. Oh. So. Ich glaube hier das Luftding ins Hoch. Gadget. Da. So, jetzt können wir auch wieder den Panzer holen. Da steht er. Hinten. Schlechte Idee. Au. Geht doch. Alter, wie ungenau. Ich bin schon mit dem Ding genauer. Ich bin schon mit dem Ding genauer. Geht doch schon schaden. Ich warte erstmal, bis der ein bisschen beseitigt ist. Wie weit lädt er sich auf? Hoffentlich schön weit. Kann er denn, können wir nie? Das sieht nicht gut aus. Wir sind jetzt so gut wie alleine. Drei Marines und eine Zivilistin. Feindliche Fahrzeug hinter dem Hügel. Noch, Alter. Gerät voran. aaaah. Guck. Guck. Leck mich doch. Also diese Panzernerven, ey. Mann. Ich hoffe, hier bin ich jetzt endlich mal korrekt. Nein. Jetzt fehlt mir langsam die Konzentration. Ah. Gut. Ich mach doch mal Folgen, eine Aufnahme, Pause. Man sieht, ich kann einfach nicht mehr. Und wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge. Und mal schauen, wie es weitergeht hier bei Battlefield 4. Du siehst hier die Endcard von meinen Videos. Unter den ganzen Titeln bin ich erreichbar. Auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus oder Skype bin ich auch erreichbar. Schreib mir PNs oder sowas, was du gut findest, was nicht. Liken, abonnieren, irgendwas. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Freut mich, wenn du wieder dabei wärst. Und wir sehen uns die STaporize. Funktionieren. Untertitelung des ZDF, 2020